und hallo und herzlich willkommen liebe freunde in gruseligen welt von seven days to die und ich bin natürlich nicht alleine heute ja auch wenn es erst mal so schein mag aber ich habe zum einen natürlich den dante mitgebracht hallöchen müsste man ja eigentlich oben links im bildschirm sehen weiß ich nicht ob das overlay mit aufgenommen wird ja das ist nur noch nicht nicht nur unser einzigster das gewinne mal den special gästlich unterschlagen ja das ist immer dasselbe und zwar unseren unseren kleinen interich unseren mafi grüße und ich habe angst jetzt schon oder was du für eine pussy alter wahrscheinlich schaurige kreaturen gesehen ich glaube nicht das ist ein bisschen oder war das dante ich wissen hallo ich kann dich immer noch hören du lappen okay das ist eine übelste das ist eine übelste umstellung hier die ganze zeit mit etwas aufnehmen und jetzt musst du mit e das ist echt furchtbar ja das ach so und noch mal eine kleine info falls ihr das nicht wusstet ihr habt ja auf b euer inventar die plätze die frei sind da könnt ihr dann immer noch rennen die unteren wo das so schleppen tut da könnt ihr nicht mehr richtig schnell sprinten wollte ich jetzt bloß noch mal kundtun falls ihr das noch nicht wusstet das ist dann quasi überladen das genaue sind die auch glaube ich leicht rot unterlegt sind ja es kann sein habe jetzt nicht so drauf geachtet ich muss ja schon ich habe schon genug für meinen für meinen schlafsack gut aber du wolltest du wolltest ja glaube ich noch ein bisschen was sagen oder und zwar sagen ja jetzt hast du mich eigentlich schon mehr verursacht gebraucht entschuldige bitte ich halte mich jetzt zurück bis du sagst ich darf wieder reden nein 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 es war wie ihr wahrscheinlich schon vermutet habt ist die umfrage natürlich zugunsten von 7 days to die gefallen deswegen werden wir heute quasi die session starten eigentlich war heute was anderes geplant allerdings naja kam es mal wieder anders als was wir eigentlich wollten und so und servoprobleme machen wir machen gleich eine 3er session draus und nehmen die maffi gleich mit ins boot dann haben wir wenigstens auch mal wieder ein bisschen was zu lachen alleine nur weil maffi da ist ganz genau ganz genau und ja wir werden heute wieder mal eine kleine session machen das heißt nicht wundern wenn wir auf gewisse kommentare wahrscheinlich erst ein paar tage später reagieren oder so oder gar oder gar nicht die folge denn dementsprechend noch nicht eigentlich da ist also wie gesagt wir nehmen wir heute ein bisschen mehr auf ich habe schon ich habe schon in schematik gefunden von irgendeinem strick faden oder so kann ich das jetzt noch rezepte den schlafsack muss ich einmal place man kann mich aber dann wieder quasi mein inventar rein ich kann den nicht lernen warum nicht vielleicht hast du noch nicht die nötige erfahrung dafür auch das kann ach das kann jetzt mit ins ja also nochmal um das jetzt zu begreifen nochmal um das jetzt zu erklären also ich bin eigentlich komplett raus aus dem game ich habe es jetzt schon ein paar jahre nicht angeguckt oder so und wie gesagt also seven days war ja überhaupt nicht mehr eigentlich damit gerechnet von uns beiden eigentlich nicht mach ich kann ich jetzt so ruhig rausnehmen ja aber wir hatten wir hatten zwar spekuliert dass es wahrscheinlich eins von den beiden wird von der umfrage her aber das ist dann doch so ein knappes ergebnis wurde zwischen amorion und damit hätten wir jetzt zum beispiel beide auch nicht geregnet weil ich noch mal meinerseits bevor ich dir jetzt das wort abschneiden dank erstmal für eure zahlreiche beteiligung an der umfrage hatten glaube ich insgesamt so etwas mit zehn bis 15 stimmen insgesamt ja auch ein paar vorschläge von euch fand ich richtig nice dass auch ein paar spiele gewünscht worden also dafür nochmal von meiner seite danke ja aber sei ruhig ehrlich blacky es wurde zu wenig und mir ehrlich und mir ehrlich gesagt auch es war ein bisschen zu wenig beteiligung mit den spielen die ihr euch hättet wünschen können bin ich jetzt mal richtig krass ehrlich weil wenn man die möglichkeit hat ich meine wie zum beispiel bestes beispiel ist kim alexander kam ja zum beispiel mit dem vorschlag beziehungsweise mit der mit der aussage ist jetzt ziemlich abgegriffen also beides seven days wie jetzt zum beispiel amorion aber ich meine es kommt ja immer darauf an wie man es rüber bringt ob man es jetzt so rüber bringt oder halt so rüber bringt dass es auch spaß macht ich meine wir drei sind jetzt sommer diese die diese chaoten kampagne es wird bestimmt mehrere tote mehrere lustige aktionen geben wo es einfach nur darum geht spaß zu haben und mehr wollen wir ja auch gar nicht es ist richtig mir jetzt persönlich egal wie abgegriffen das spiel jetzt schon ist von irgendwas bis irgendwo hin und ja genau mehr brauche ich dazu glaube ich eigentlich nicht sagen aber trotzdem danke für eure beteiligung es war zwar ziemlich gesplittelt bei mir wurden zum beispiel auf dem kanal 0 für seven days und dafür drei vier euro und bei blacky was genau andersrum das war halt wirklich sehr überraschend also ich hatte ehrlich gesagt ganz am anfang schon mit gerechnet wo dann schon gesagt hat drei vier euro und hat er da stand es bei mir gerade mit einer stimme für seven days ja und einmal aufs maul haben oder das kommt ja und schon und schon lässt sich von irgendeinem stoker ablenken also ich habe dann jetzt höchstens von 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 meiner seite noch eine anmerkung weil ich habe zurzeit ein paar probleme mit meinem rechner ich weiß das kommt noch habe ich spät weil weil es sind ja schon ja kannst du jetzt mal bitte aufhören mich hier zu unterbrechen und so ja danke schön gut ne aber ich habe zurzeit siehst du das ist absoluter hammer man kann hier reden und wird trotzdem ne ist gut passt schon das passiert wenn man zusammen spielt piep also nochmal nur ein anliegen von meiner seite aus es kann sein weil ich habe zurzeit ein paar probleme mit meinem rechner ein paar hardware probleme ich weiß aber noch nicht woran es liegt dass die folge ziemlich rucklig wird es kann sein muss nicht jetzt kam schon ein paar mal encoder probleme überlastet und so wenn mir das jetzt zu viel wird dann werde ich definitiv das so machen dass nur blackie aufnimmt aber ich bin trotzdem im spiel dabei das jetzt nur noch mal so von meiner seite über discord können wir ja trotzdem das ganze so machen dass du halt mit auch genau aber ich muss sagen bis jetzt geht es eigentlich also es ist hält sich in grenzen mit dem ruckeln und so mit dem ende kohlen ist also bleibe ich auch auf der straße rum falls du mich jetzt ich bin schon in deine richtung so unterwegs muss muss man hier so ein bisschen ja ich mache ich mache es bei dir meine question so ja mache ich auch schon ja ich habe jetzt gerade erst mal durch das ganze gequatsche jetzt gerade erst mal meine meine rolle gesetzte ich habe das nicht mal also noch nicht was du hast noch keine dings gesammelt doch aber ich mache ich habe noch keine rolle gemacht so wie langsam bist denn du ich renne gerade warum rennst du bildschwein auch so diesen diesen clay block bitte mal nicht wegschmeißen dann kann man dann einschmelzen und da kriegt man schön viel reisen raus und so ich brauche ich muss mich auch schon ich muss mich echt an das e gewöhnt das mit dem f ist so nervig also jetzt nur noch mal um es verständlich auszudrücken wir haben alle drei keine ahnung was uns erwartet ja ja also ich da ich dafür habe nicht oder geier oder was auch immer die die kennst du ja schon aber diesmal kommt am liebsten bevor ich die christ auf der straße gehen also ich müsste mir mal schnell klamotten junge 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 du stehst auf der straße ja ja warte ich bin mal in deine richtung weil ich versuch es mal so zumindest und das leben und legen musst du ja mit mit rechten maustaste ja genau das ist auch wieder ja normalerweise poste klicken so wie du es gewohnt bist ja also ich hoffe wir schaffen das jetzt in der ersten folge uns zu finden bzw uns mal dann ich bin es noch 500 meter von mafien ja ich habe immer noch 4,2 und 4,6 kilometer ich bin irgendwie nicht vorwärts gekommen gerade was fehlt jetzt noch arm schienen hier ist ein zelt lang ich habe die armen doch das sind die fuß fuß die ich habe eine übelste stadt vor mir ich weiß nicht ob ich daran vorbeikomme ich bin auch in der stadt einfach nur vorbei ja theoretisch müsste ich aber doch nicht müsste doch nicht durch ich könnte auch schon jetzt ein bisschen hier braucht einen knüppel so eine stone x und ich habe einen knüppel nehmt euch in acht ich habe ich erstmal kleidung also die mucke hat sich drastisch verändert muss ich feststellen das ist richtig heftig finde ich jetzt legge du hast leben verloren das sehe ich nämlich gerade ja ich habe an dem geier leben verloren und an dem anderen wie habe ich schon auch leben wollen und mafi rennt die ganze zeit verliert aber kein leben das ist so krass ja habe ich das schon gelutet ich komme irgendwie gerade nicht so potte ich habe immer noch vier kommen noch was kilometer zu euch holz knüppel ich brauche ein paar steine für die pfeile schon mal sicherheitshalber ich bin ich bin jetzt schon überladen das ist geil oder jetzt schon irgendwas muss das und immer schön auf die köpfe zielen wenn er dir ja 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 gerade schlecht gibt deine tipps woanders ganzen guide aufmachen nicht wirklich nicht wirklich noch nicht noch nicht also könnt ihr gespannt sein das kommt auf jeden fall was ist das hier ich habe ein magazin gefunden mit schmeißen weg ja ich denke daran einiges kannst du auch beim händler verkaufen ja ich habe das jetzt einfach mal benutzt ich weiß gar nicht für was das ist keine ahnung also nitrat power schmeiße ich auf keinen fall weg das brauche ich jetzt nicht so jetzt bin ich wenigstens schon mal nicht mehr überladen das ist schon mal positiv und zwar habe ich jetzt noch 260 meter von mir kontakt kann man ja ja super und zwei wochen die tanz aber die pfeile kann man jetzt oder einsammeln so wie ich das sehe aber nicht alle manche gehen kaputt das habe ich schon mit der scheiße vor allem die die man vorbeischießt kann man nicht mehr einsammeln geil ich ziele auf dem kopf und er hat ein fein im ohr die kannst du nicht mehr einsammeln also nicht mehr nutzen die die verlieren dann das zeug kannst du bloß von den zombies die pfeile höchstens einsammeln mit toll der war ja noch nicht also das habe ich jetzt auch schon rausgekriegt dass man die nicht mehr looten kann dass sie kein inventar mehr haben wenn sie was haben lassen sie dann was fallen so nachladen tut er mit der hat das und einer von uns das wäre das war schon immer so ja aber wie ich weiß ja nicht wie weit nach wie noch so im stand der dinge ist und 6 feiler ich habe gekriegt so ich habe einen zombie gekillt ich habe zwei schon und einer hat gekochen und erinnern gelaufen megakiller so am ende des tages würde ich mindestens 100 kids pro person ach so um das noch mal vielleicht jetzt noch mal zu erwähnen wir spielen hier auf einem server von einem bekannten von mir wir sind die oh gott ich komme in zerstörtes gebiet ist es hier radioaktiv aber wollen wir nicht auch hunde im zerstörten gebiet also auf jeden fall bevor ich jetzt vergessen was ich sagen wollte ist die diesen richtig lustig ja ich muss die straße aber lang kommen um zu euch zu kommen das ist richtig mies gerade ja was ich jetzt noch gerade erwähnen wollte vielleicht bin ich gleich tot die servereinstellungen sind hier erstmal aufs minimalste runter gesetzt weil es jetzt für uns drei noobs jetzt ja ich kann uns ja ruhig als noobs bezeichnen oder weil es wirklich ahnung von dem game haben wir jetzt nicht ich sag mal so wie man kämpfen kann aber wir sind halt in dem punkt jetzt in dem sinne wieder neue anfänger ja genau und da ist das mit den mit den geringsten einstellungen also ich glaube die zombies rennen auch nicht auch nicht im dunkeln ich glaube die laufen nur also da ist einer mit dem bogen was bin ich also die zwei haben sie schon gefunden ich müsste jetzt sagen wir mal zu potte kommen bin hier das ist ja schon mal ich habe hier gerade erst mal zum fetten ich habe schon mal kleber gefunden was mich jetzt aber interessieren würde ist kann man sein inventar auch erweitern dass man nicht mehr so schnell überlebt der geier hat sich das mich abgesehen dieser jetzt habe ich schon zwei jahre im ort ich sehe da einen schatten junger lasst mich bloß in ruhe das steckt aber ganz schön für ein jahre wieso verlier ich leben bin ich am verhungern ist tot ist tot ist tot ja ich habe das mein 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 zeug wieder hier liegt die kanal und ich kann nicht mehr rennen ich kann nicht mehr rennen ich werde geschlagen was ist das hier ja das ist müll ja den müll kannst du durchsuchen ja leih trophäe und eine dose war drin stehe es noch mal auf kommen da du dreckig noch mal mein kill gar nicht aber bloß ab du warte mal ich muss mir erst mal ein paar neue munition ich glaube ich höre eine schlange ich muss jetzt ganz schnell weg ja ich brauch holz acht stück gibst du also ich habe jetzt den geier abgehängt übrigens ich lebe noch du hast ein abgehängt ich musste meinen kaputt machen ja ich habe ich habe auch gerade mit zwei pfeilen ich habe ich habe auch gerade mit zwei pfeilen gekillt dass er mich in ruhe lässt ja eine zopfige alter was hast du was hast du für eine ausdrucksweise also entweder habe ich entweder richtig viel pech und sporne im schnee oder ich habe richtig viel pech und bohne und sporne im zerstörten biogen ohne krankenschwester maffi nicht jetzt so wollen wir jetzt gleich ins haus rein du wirst du schon wieder der maffi ist überall und nirgends daran musste nicht gewöhnt wird er ist schon wieder völlig weg der war gerade bei mir für 44 meter und welche richtung die der zeigte ich jetzt zeige ich kann sagen der zeigt es doch oben ein pfeil an zweimal sogar damit du willst doch ins haus bei mir denke gar nicht ja warte 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 ich muss erstmal hier was man ja steine sammeln das ist bei maffi immer so eine sache hallo ja was denn du hörst doch selbst auf mich nicht du knallköp achten wo sind wir holzrahmen achte unten wo komme ich immer irgendwie wird ein anderes bio das ja haben wir häschen ja häschen sind da auch irgendwo mitten in der wüste halt das macht ja nichts nein es kommt schon wieder so dreckvieh auf dass ich ihn nicht wieder verlieren aber ich glaube es geht hier gar nicht mit grünes biom grünes biom seit ihr seid ihr im grünen biom ja sag jetzt bitte ja was rote ist an der grenze zu weiß also schnee ach so ach so ja gut ihr zwei worte nicht so weit auseinander stimmt wow scheiße das war eine mine ich hab's gerade gesehen alter ich bin gerade auf eine mine gelatscht aber richtig mies toll was hier eine tasche und nix drin stimmt das war das im biom jetzt weiß ich wieder was das noch im biom wo diese drecksmien doch überladen ich muss ich bin überladen also nicht wundern das macht nicht wundern ich bin fast tot aber ich lebe noch mal stoppkleber schön wie das jemanden interessiert ja richtig geil ja solange du noch lebst das holen wird ja in der klasse so gibt es eine rückendeckung jetzt nicht mehr ja ich weiß du noch ich weißt du doch nicht ja ja ich bin schon was gibt es denn für geräusche von euch vielleicht zwei kommen zurück kurze frage gibt es im grünen biom irgendwie gefahren klippe bären rennen hier rum kommt der geiler mir nach echt muss ich so sammeln ok da sind wir doch ein zombie rum wir haben wir gerade zwei jahre murs ja ihr habt spaß ja ihr sterbt aber auch alle bäder wenn ich das gerade richtig sehe zumindest ich sterbe karte zumindest moffi stirbt was soll ich machen eigentlich ist medical so eine bandage und unter leiste ja blege du bist auch gleich tot da war eine schlange noch black is geil bei wenigstens ich nicht zuerst gestorben das finde ich geil ich habe die schlange jetzt aber auch nicht gesehen aber die jetzt zu hören müssen die zisch doch so komisch das sind schlagen die zwischen ja ja das sind schlagen muss da aufpassen dass viel war direkt hinter uns so bin ich nicht schon wieder raus gekommen wenn wenn du deine bett rolle nicht gesetzt ist dann ist das blöd ja aber ich muss trotzdem noch in dieselbe richtung und black ist jetzt 4,6 kilometer von mir weg hier ich dachte wir wollten das finden ich dachte wir wollten uns finden uns nicht und uns nicht von den beiden weiter voneinander entfernen da bin ich hier hinten irgendwas kann ich doch nichts außerdem habe ich doch den mafia schon gefunden hat sich eigentlich schon mal jemand also du bleck ich weiß ja du hast die letzten portale ein bisschen probiert und wurde es öfters von einem geiler geschlagen und getötet von einem von einem der mitten nach nach abschluss der quest hat er mich nieder im meter natürlich auch mies ja vor allem du hast du gerade das fenster aufploppen die ist noch schön munter froh ich kommt das viel von hinten an vor allem von hinten anstatt es mal wenigstens von vorne kommt nö ach quatsch warum denn aber mit dem mit den skills hast du dich auch nicht beschäftigt wegen den xp die man hier sammelt noch nicht so weit brauchst du noch nicht na ja gut ich habe auch nicht nicht wirklich viel geht das muss ich dazu sagen also also das nur getestet dies ist von dem geiler getötet zu werden naja ist man wieder so reinkommen diese verteidigen und so ja alles gut alles gut macht ob es spaß außerdem soweit dann geht mal kriegen wir das schon schnell so jetzt habe ich erst mal was gegessen und was getrunken du kannst ja auch kristen dann machen für den händler kannst du und so ja ich weiß dass irgendwie das dass du dann weniger bezahlt oder so quasi für deine reputation ne du kriegst auch geld von ihm naja das größte wird dann richtig bezahlt damit die tokens oder ist doch noch die währung glaube ich also so um mich irgendwelche münzen ja die diese gesehen immer noch diese casino tokens glaube ich oder leute kommt ihr zu mir oder wo ja ja also ich komme in die richtung maffi ist jetzt von mir noch 2,6 kilometer weg ich bin 1,4 von macht jeden kann aber ich werde jetzt trotzdem schon mal schnell was machen noch was muss jetzt überhaupt machen holzrahmen drei stück oder den hat den hatte ich eigentlich schon gekräftet gehabt aber mein inventar ist ja weg welche gestorben ja das weiß ich dass sie es formt eigentlich meine 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 solange wir dir nicht noch mal stirbst nicht weil du hast du müsstest ein rucksack symbol oben auf dem kompass haben und so lange wie der rucksack so lange wie der rucksack da sind du nicht noch mal stirbst ist es noch da also der dies und erst der dies und erst wenn du noch mal stirbst glücklich oder nach gewissen krieg aber das wäre sie nicht mehr so genau ich weiß nicht ob die das jetzt geändert haben das kann ich dir absolut nicht sagen also hier ist vollkommen alles marode also völlig kaputt kaputt nach drei ja drei holzrahmen setzen und aufwerten dass wir bloß die frage wo wollen wir unsere basis machen ja das können wir dann auch dass das können wir dann machen wenn wir uns gefunden haben ja da musst du aufpassen also nicht alleine auf dem bär drauf gehen weil die fressen richtig viel oh ja da musst du echt aufpassen das weiß ich noch aber die zombies lassen irgendwie weniger fallen jetzt finde ich also so gut wie gar nichts alter ich bin richtig schwer ich muss jetzt mal gucken ob ich irgendwas wegschmeißen kann fenster brauche ich bin jetzt noch einen kilometer gut von dir entfernt ich komme jetzt erstmal zu euch ich weiß es erstmal ein bisschen was weg ja das kann man ist denn noch in der nähe von meiner leiche macht das eisenrohr nehme ich weg macht ihr müsst ja ich in der nähe von dem ding stehen ja ja ich bin aber noch da wo das haus ist dann kriegst du jetzt die anweisung diese gegend nicht zu verlassen genau sicher das gebiet es geht die sonne runter du wirst aber schon zu wem du das gerade sagst aber also wie gesagt laut meinen informationen dürften die nachts nicht rennen könnte jetzt könnte jetzt ein bisschen langweilig sind aber wie ihr seht sterben tun wir trotzdem auch wenn es nicht durch ein zombie war sondern durch eine schlange aber es ist ja mal zweitrangig das ist egal gestorben wird trotzdem genau der nächste sedante nein doch ich habe nur noch 24 punkte also von da ja also 24 elf ich werde jetzt meine binde dafür nicht verschwenden obwohl ich schon bräuchte ja eigentlich nur cotton sammeln dann müsste ich mir theoretisch eigentlich eine binde machen können also dass sie dann eingefallen auch schon wieder zerstörtes bio was ist denn hier los ach so und übrigens radioaktivität ist wieder da das wollte ich euch auch noch sagen also in manchen zerstörten gestörten bio wollte gerade in manchen zerstörten bio herrscht radioaktivität also vorsichtig betreten aber das macht sich zeitig genug bemerkbar eigentlich das geräusch kennst du auch mal wie das ist wie bei dieses knistern ja 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 ich kenne das wenn du diese radioaktive zonen rennst aber hier macht es halt wirklich schaden ja das ist eigentlich auch machen können wenn es nicht vor ausgehen muss das wesentlich weil du hast ja am anfang hast du einen momentar hier unten hier fällt mir das habe ich nicht ja muss der ersten tier schlacht ja ich muss ja auch wenn ich bin noch 500 meter von direkt was wieso bist du so schnell auch so ne du bist vielleicht nicht du bist ja nicht überladen ich war nur 1,1 schieß mich wo ich wieder gespawnt sind nein ich sterbe sterbe ich habe hier und da kann ich nicht bin schon tot dann bin ich doch jetzt wieder gestorben toll und jetzt die spawnt das vieh auch noch der einzige mal wieder nicht gestorben ist ist der wieder nicht aufnimmt das ist typisch sie ist positiv du bist jetzt nur noch 1,3 kilometer und ja ich muss aber ich muss aber erst mal die andere richtung um den rucksack zu holen stimmt ach nee warte mal brauche ich gar nicht warum so ähnlich jetzt kann ich bin jetzt zu schnell oder ich habe jetzt noch 200 meter 20 und jetzt gleich wieder da also das ist eigentlich schon also den gürtel verliert man nicht also sachen die man im gürtel hat verliert man nicht das ist schon mal gut zu wissen oder auf der hand leiste quasi die verliert man richtig richtig den bogen zum beispiel verlierst du nicht wie wie ist das jetzt mit den klamotten gut die klamotten habe ich auch nicht von alles klar es ist 22 uhr was dann nacht es ist 22 uhr das blöde ist jetzt bloß ich habe meine ganzen feder und meine ganzen steine verloren also beziehungsweise keine feile mehr ich habe noch unterricht aufgehoben jetzt wo ich gestorben müssen wir uns mit hundert und in den damen er hier hier links ja ich bin doch schon probieren rechts schon wieder gleich schreit der kleine schützer die türe nein ich schreibe doch nicht da rennt er noch vorne weg jetzt lagerfeuer was lagerfeuer lagen des feuer liegen also nur mal so ein tipp wenn ihr irgendwo ins haus geht würde ich sagen legen wir dann draußen oder solltet ihr draußen euren schlafsack hinlegen damit ihr dort gleich wieder springt nach wo die machen wir ja machen wir hier weil dann hast du nämlich nicht das problem mit bis zu deinem rucksack rennen weil ich konnte ja jetzt nicht weil wir schwach sind warum sollte ich denn jetzt noch mal zurück rennen aber das gute ist ich habe ja noch eine fackel höhe ach so wie wollen wir das eigentlich machen folgenlänge jetzt beenden erstmal oder so 30 minuten wie immer nur würde ich sagen weil ansonsten würde ich sagen aber jetzt erst mal oder oder willst du erst mal noch zu uns kommen ja ich bin jetzt noch 500 meter weg also das müsste ich eigentlich packen ja dann machen wir machen was und kommst du noch her und dann können wir eigentlich auch zusammen in das haus reingehen zu dritt ich habe aber keine pfeile mehr wie gesagt also ich habe aber welche also für fernkampf bin ich noch das ausgerüstet am besten die dinger die ja die ja findet sie könnten ja also wenn jetzt ein licht auf euch drauf zu gerannt kommt das bin ich ich habe eine fackel an ich habe auch eine an also du müsstest die fackel dann schon von weiten ein bisschen macht ja auch schon lagerfeuer lockt aber zombies an der nasen ja aber wir müssen ja auch gucken das war uns schon mal ein bisschen aus das das ist ja richtig ist ja richtig sache nichts so wie sieht es denn aus stein schaufel soll ich schon mal eine stein schaufel machen da war ein kaktus verdammt meine frage was er macht auch was machst du wenn einiges mal brauchen ja genug brauchen vor allen dingen pfeile und bogen ich habe gefunden ja was hast du im campo oder wieder ist also einen besseren komposit bogen oder was genau hier war schon mal erinnert ihr habt ihr das nest nur gelootet das war nicht bestimmt dann mit dem müller sauber übersehen aber öl drin ich kann nicht alles warum nicht also wir können ja ins haus gehen dann gleich habt ihr das haus schon geklärt mehr nein wir waren dabei als als mich dann die schlange nieder gestreckt hat ach ich brauche holz für feile scheiße aber aber irgendwie drin jetzt habe ich mich gerade von dem busch erschrocken war funktioniert ja jetzt die frage kommt das von drin ja denke daran ich bin auch teilweise die wende einholen also hier ist schon voll die action und kann ich hör das doch schnauze so sollte die polen wir haben belästigung ja ach so black guck mal du kannst das auch kannst du es auch so machen aber nicht die fackel pass auf der kommt hier durch ja ihr könnt schon drauf schießen das müsste eigentlich gehen ich habe ja keine pfeile liegt schon mal ja die stehen aber meistens noch mal auf ja also einer aus gibt es immer drüben da ist hierhin doch wohin träume licht die alte liegt also die städte nicht nur die alt ja dann kommt da kommt man kann die fackeln aber auch nicht überall drin pappen also dass sie sehen guckt nicht in die wanne jetzt sowieso achtung zombie aus aus weg weg so aber leute ich würde sagen danke fürs zuschauen bis zur nächsten folge schnitzel 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 Untertitelung des ZDF, 2020